Hi, ähm, ich brauch echt dringend einen Termin bei Ihnen. Ähm, geht das? Wie alt sind Sie denn? Ähm, 28. Der durchschnittliche Deutsche wird 80. Ähm, unsere momentane Wartezeit ist 65 Jahre. Das lohnt sich nicht mehr leider. Hä, wie? Aber das ist... Kompromiss. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder wollen. Wir könnten einen für Ihre Enkel machen. Ähm, passt Ihnen der 8.7.2087? Das kann ich vielleicht nicht einfach so vorbeikommen. Leute, der will leider einfach so vorbeikommen. Ich bin vor 40 Jahren einfach so vorbeigekommen. Das stimmt. Der Typ wohnt hier. Solche Idioten wollen einen Termin bei mir. Ja, okay. Ähm, wissen Sie vielleicht, wo man sonst hin kann? Ähm, privatversichert werden. Was? Äh, privatversichert? Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen Sie heute einfach vorbei. Ja, einfach vorbeikommen. Gerne. Ähm, lieben wir. Feiern wir richtig. Dankeschön. So. Ähm, jetzt brauch ich nur noch eine Privatversicherung. Ach, Privatversicherung. Ja, dafür warte ich gern weiter.